Im Gesamtkonzept Ganztag haben wir bei der Pilotierung festgestellt, zu der Maßnahme integrierte Raumnutzung, dass für Schulen oft gar nicht so klar ist, was bedeutet integrierte Raumnutzung. Wir haben Bestandsgebäude, die haben eine bestimmte Anzahl an Räumen, die können wir so schnell gar nicht erweitern. Deswegen ist es einfach wichtig, dass wir jetzt in Funktionen und nicht mehr in Räume. Für alle Funktionen müssen wir uns überlegen, wie sie genutzt werden sollen und müssen es dann in den Räumen verorten. Deswegen haben wir die Raumbox entwickelt. Die Raumbox gibt allen die Möglichkeit, den Planungsrahmen zu visualisieren. Das gelingt uns ganz gut, indem wir uns anschauen in einem Schulgebäude, wo sind die Räume verortet, zum einen, und zum anderen anhand der Farben eine Zuordnung machen. Und wenn ich die Farben, die zusammengehören, zuordne, bekomme ich ein Lerncluster. Ein Cluster besteht aus Lernräumen, aus Gruppenräumen, aus Ganztagsräumen und aus Teamräumen. Wenn ich die zusammenführe, erhalte ich ein Cluster. Durch das Bilden von Clustern erreichen wir, dass wir das Schulgebäude ganztägig bespielen. Die Kinder haben eine kleine Heimat, die sie am Vor- und am Nachmittag nutzen können. Mit der Raumbox können auch Sie den ganzen Tag räumlich gestalten. Sprechen Sie uns einfach an.